Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Der alte Buffet ist unterwegs, da muss doch der Tisch stehen. Ich baue jetzt den Tisch auf. Du baust hier gar nichts auf. Du hast schon genug kaputt gemacht in diesem Haus. Wie schätzt du die politische Lage ein, Höhe? Das Problem ist, dass das Problem das Problem ist. Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik verleiht Wilhelm Povileit den Stern der Völkerfreundschaft in Gold. Danke, ihr habt genug Fläche im Karton. Gerade eben ist der Tisch zusammengebrochen. Wo ist Sascha? Unser Sohn Sascha ist abgehauen. Wer die Kinder verliert, verliert die Zukunft. Hast du jemals gedacht, dass die Kontrarevolution aus der Sowjetunion kommt? Du musst einen Tee trinken. Ich trinke einen Tee. Ich hab meine Gründe.